Ich muss ausholen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Das ist doch zum Kotzen! Schaut euch das mal an! Warum fährt der mir rein? Das ist doch keine KI! Das ist doch ne Kacke! Frenkel frottelt. Heute. Let's Play OMSI 2. Der Omnibus Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play OMSI 2. Der Omnibus Simulator. Es geht weiter hier in Arlheim. Ich wünsche viel Spaß. Ich mach auch grad wieder die Facecam an. Schlampe. Drecksau. Gut. Haben wir. Bettsteiner Straße. Okay, ja. Die führt nach Bettstein. Das ist messerscharf kombiniert, Herr Frenkel. So. Und endlich geht's mal geradeaus. Kann ich mal Gas geben hier? Boah, ich hab meine Zeit fast verschwendet jetzt schon. Nächster Halt. Gewerbegebiet. Alle Prostituierten aussteigen. Horizontales Gewerbe heißt's ja immer. Oh, ne Ampel. Oh, oh, ne Haltestelle. Oh, oh. Oh, guck mal, da rechts Gewächshaus. Sehr schön. Äh, links meine ich, Frenkel. Nicht immer mit meinem Rechts-Links-Problem, ne. Aber ich merk's immer noch rechtzeitig. Hier hat sich da gerade an der Stange ein gerubbelt. Sehr schön. Was? War's toll? Ja, war's toll? Wär vielleicht mal ein, äh, Dankeschön ganz nett. Halt. Gewächshaus. Alles klar. Na vorne, links. Wieder ein alter Wunsch. Ihr geht mir vielleicht noch die Sackhaare. Stoppschild. Ha, da kommt einer, ne? Nächster Halt. Fuchsbau. Das wird riskant ja mit dem Rausfahren. Schnell raus, schnell raus. Bevor was kommt, bevor was kommt. Ah, wir verlassen den Ort. Sehr schön. Mal ein bisschen Überlands. Kann ich vielleicht mal Gas geben? Ne, kann ich nicht, weil das ist wieder eine Haltestelle. Oh, da möchte ich da ein schwarzer Wald einsteigen. So. So. Ah, Haltestelle haben wir auch wieder gehabt. Will wohl jemand in der Mitte raus, oder was? Ja. So, jetzt hier links oder rechts? Nehmen wir die Mitte. Machen wir es wie Frauen. Einfach die goldene Mitte. Wisst ihr, dass Frauen nehmen über die goldene Mitte? Müsst ihr mal aufpassen. Bei irgendwelchen Spielshows oder sowas, zum Beispiel über den Ruckschläge, sich raussuchen muss, nehmen Frauen über die goldene Mitte. Die, 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 die Showbetreiber, also ich würde das so machen, packt da natürlich dann immer die, äh, die, 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 die Dings rein, die Mieten, ja, dass die da nichts gewinnen. Weil sie immer die goldene Mitte nehmen. Äh, nächster Halt. Mit Verspätung, ach nein, fatsche Zeile. Nächster Halt, Heidchen. Fahren wir mal doch durch den Dorf. Oh, cool. Darf man mal schnell drüber kommen? Vielleicht können wir nach dem Hüpfen. Boah, der, der Bus ist aber mal gut gefedert hier, Freunde. Ey, ich fahre echt gut, ey. Und es war also, das war echt so fies, dass das da schon abgezogen hat. Wo ist die da hin jetzt? Ach so, da rein in die Bucht oder was? Die Einbuchtung. Stehen die da oder? Also die steht schon da, aber wollen die mit fahren? Oder stehen die nur da zur, zur Zierde? Ah, die wollen ein. Ja, du mich auch. Und du mich erst rechts. So, weiter geht's. Mal gucken, dass da nichts kommt vor dem Fynn. So, jetzt kann ich hoffentlich nochmal Gas geben endlich. Ja. Schön, überlandt hier. Durch die Pappa. Nächster Halt, Hochflor. Okay, da ist schon wieder Feierabend mit Gas geben. Ach man, wie schade. Und dann noch eine Ampel. Also bislang ist das die beste Tour in Ahrlein, dich hier abliefere. Oder? 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 Ja. Und was krieg ich? 5,3%. Naja, vielleicht wird's ja noch ein bisschen höher jetzt. Das müsste Mimosenhausen heißen, das scheiß Kaff hier, ehrlich, Alter. Grün! Also, geht doch. Müssen wir ein bisschen aggrovieren. Dann läuft das. So, nochmal ein bisschen überlanden. Aber leider nur sehr kurz. Haltewunsch. Aha. Lappi langsam. Äh, ja. Oh, oh. Lkw. Schaff ich's da rum? Von der Zeit, ne? Ah, Moment. Fuck you, fuck you! Haben die mich gesehen, oder? Scheiße. Steger Eiche. Na, super. Komm ich da rum? Komm ich da rum? Natürlich komm ich da rum. Was? Ich fahr super, du blöde Schlampe. Du blöde, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich fahr hier so geil um die Kurve rum. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher? Ah! Jetzt fährt mir der Golf da hinten rein. Mann, du siehst du den Bus nicht? Das gibt's doch nicht, ey. Der ist doch echt groß genug, ey. Was soll ich denn da noch machen? Fahr mir noch einer rein. Scheiße, jetzt hab ich's wieder verbockt hier. Ja, Michael Schumacher. Ich sorg gleich dafür, dass dir geht wie Michael Schumacher, junge Frau. Du hast wie sich keinen Helm auf. Dann pass mal auf, ey. Ja, komm her, du Schlampe. Mann! Halte Wunsch auch noch. Ah, ihr regt mich alle auf, ey. Ihr regt mich alle auf. Das war so eine gute Tour bis hierher. Kacke! Ja! Mann! Ah! Brr! Ah! Mann! Ah! Ah! Ich bin entspannt. Alles gut. Verdammt. Und jetzt bin ich sogar am Ziel hier schon. Benstein. Ah! Ja, okay. Auf gepfiffen, ey. Halte Wunsch. Nächster Halt. Grüntalstraße. Eibahnstraße. Ich muss abbiegen. Verdammt, ey. Es war bislang so gut und dann kommt ein Unfall dazwischen. Scheiß Dreck. Aber es ist eh verkackt gewesen, ne? Ihr habt es ja gesehen. Hoppla. 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 Hier hüpf, hier hüpf. So, vorsichtig hier rechts ran, ja, ein bisschen, ne? So. Ah, jetzt wollen wieder jemand hier raus. 6,5 ist eigentlich noch ganz okay. Hat mich verbessert. Muss man auch mal sagen an der Stelle. Trotzdem, das regt mich auf, ey. Mann! Blöde Scheiße! Ich brauche einen anderen Bus. Ich brauche ein bisschen Spaß. Mit dem Bus geht das nicht. Der Bus ist schuld. So, fahren wir mal da noch irgendwie einigermaßen unfallfrei durch. Das ist ja ganz schön eng wieder. Lalalalalala, alles im Griff. Äh, nächster Halt! Kann ich nicht lesen. Gutlandweg! Gutlandweg! Und raus, 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 raus! Willst du rein? Nein! Will er nicht! Okay. Muss hier rechts, ne? Das schafft man schon noch. Oh, äh, Vorfahrt 8. Und, äh... Ich muss ausholen. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Das ist doch zum Kotzen! Schaut euch das mal an! Warum fährt der mir rein? Das ist doch keine KI! Das ist doch ne Kacke! KI! Heißt das Kacki, oder was? Oh! Naja, ist eh wurscht jetzt. Genau, kommt noch einer! Ah ja, geht doch! Komm! Fahr den mir noch hinten rein! Komm, fahr den Scheißband! Ach, da fährst du nicht hinten drauf, ne? Nur mir fährt er rein! Rückwärtsgang. Wie soll ich das denn machen, wenn ich hier nicht richtig ausholen darf? Hoffentlich ist der Scheiß Benz kaputt für immer! Die olle Scheißkarre, die Blöde! Mann! Arschloch! Verrecken möchtest du in der Hölle? Äh, mögest du? Muss es heißen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Also bitte, jetzt mal ernsthaft, das ist doch beschiss, ist das doch! Natürlich bin ich auf die andere Fahrbahnseite gekommen, hä? Wenn irgendwelche Klugscheiße jetzt... Hä, Frenkel, du warst auf der anderen Fahrbahnseite! Aber schau dich das mal an! Da, guck! Die sind so blöd zum Kacken! Ach, der bleibt wenigstens stehen! Golffahrer sind anscheinend schlauer als Benz-Fahrer, oder was? Wie komme ich jetzt da weiter? Ich seh's ja nicht, ne? Ah, er kommt durch, siehst du, der hab ich's doch geschafft! Benz, Benz! Vorsicht, Benz! Ach, der bleibt stehen! Da könnt ihr jetzt durchfahren, oder bleibt er stehen? Ah, leckt mich doch alle am Arsch! Leckt mich doch alle am Arsch! Und zwar nach dem Toilettenbesuch, damit ihr aber Bescheid wisst hier! Jetzt wäre er noch zu spät hier! Nächster Halt! Im Gretchen! Ah! Sehr geil! Der Frenkel ist gleich im Gretchen! Oh, das macht mich fast ein bisschen horny! Das Spiel ist auch noch... Versaut ist das auch noch! Ich bin im Gretchen, ich bin im Gretchen, das find ich geil! Ach, ist doch jetzt eh schon egal, oder? Mal ernsthaft! Wo spricht noch? Ah, ich war im Gretchen, ey! War der auch schon mal im Gretchen? Äh, stopp! Wenn das meine Frau hört, dass ich im Gretchen war, ey! Schreibt bloß nicht in die Kommentare! Ey, Mone! Der Harald war im Gretchen! Das könnt ihr nicht machen! Ja, krieg ich ärger! So, nächster Halt im Hänsel! Ne! Das ist ja noch ekelhafter! Ne, Hänsels! Oh! Zum Glück war ich im Gretchen und nicht im Hänsel, ey! Das sag ich euch! So, da will auch gleich jemand raus! Ach, schade, da hätten wir nur füllen können! Da war ich nicht zu langsam! Naja, die Fahrt ist jetzt schon wieder für den Arsch! 7,1! Ich hab mich nochmal verbessert! Dank des Unfalls! Hahaha! Komisch, oder? Soll mal einer verstehen, ey! Braust du keinen Unfall? Ah, Moment! Die andere Tür muss noch auf! Die Herren können nicht durch die eine Tür rausgehen! Die brauchen die andere auch noch offen! Mann, ey! Echt! Alheim müsste echt an Alheim heißen! Das sag ich ganz ehrlich! Das ist doch da für ein Arsch hier alles! So, links abbiegen! Halte wir uns schon wieder! Stress mich halt, Freunde! Stress mich halt! So! So! Nächster halt, Benstein! Das sollte die Endstation sein! Ihr Pisspenner hinten drin und ihr Pisspennerinnen! Das heißt, alle raus! Weg da, du Arsch! Ist das ein Fußgängerweg oder was? Ich glaub schon, ne? Naja, egal! Naja, egal! Das ist wieder richtig! Bettstein! Betriebshof! Oder wo? Oder da drüben? Schau'n wir mal! Sieht so aus, als ob die da raus wollen! Ich hab's geschafft! Mit Mühe und Not! Zu spät! Was denn zu spät? Das war nur, weil dieses Kack-Benz-Fahrer... Ach komm, leck mich doch an der Marsch! So, wir schauen jetzt mal kurz die Akte noch an! 7,7 Prozent! Also das war ja schon mal gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, also ich finde, dafür hab ich jetzt ein Like verdient! Definitiv! Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da! Ja, ich finde, ich habe es verdient, weil ich bin echt gut gefahren! Alle anderen waren scheiße, ich war gut! Deswegen mir ein Like da lassen und dann bedanke ich mich! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge! Und dann werde ich mal schauen, ob ich einen anderen Bus auftreibe! Und mal noch was Neues fahre, damit ihr mal wieder was Neues seht! Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage... Bye-bye! Ai-ai! Auf Wiedersehen!